Hallo, hallo, hallo. So schön, dass du mich hier entdeckt hast. Vielleicht folgst du mir schon länger hier auf dieser Plattform. Vielleicht bin ich aber auch ganz neu in deinem Universum. Mein Name ist Irmgard Anna Ronda und vermutlich geht es dir jetzt gerade so, dass du das Gefühl hast, schon seit einer Weile, irgendwie muss in deinem Leben mehr möglich sein, als das, was du gerade lebst. Du hättest beruflich gerne eine andere Situation, vielleicht sogar auch privat und gesundheitlich, weil das alles irgendwo auf einem Level ist, wie du es nicht gerne wirklich mehr weiter hättest. Dass das Gefühl, wie in so einer gelebt werden Falle, wie in so einem Hamsterrad zu funktionieren, mehr zu funktionieren, als zu leben. Und ich kann dich so, so gut verstehen. Mir ging das in meinem früheren Leben auch mal so. Ich hatte einen guten Job, eine sichere Stelle, komme ursprünglich aus dem öffentlichen Dienst und habe immer von einem freien, selbstbestimmten Leben geträumt. Ich wollte einfach frei auf der Welt unterwegs sein, wollte mein eigenes Ding machen und wollte meinem Herzen folgen und habe mich immer so gefragt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was soll das hier überhaupt auf der Erde? Was ist der wahre Grund meines Daseins hier? Und so habe ich schließlich meinen Seelenplan entdeckt, daraus den Seelenberuf kreiert. Und das hat wirklich alles verändert. Und das ist auch für dich möglich. Ich habe ein neues Videotraining aufgenommen, wie du mit deinem Seelenplan und deinem Seelenberuf dir ein freies, selbstbestimmtes Leben kreieren kannst und rauskommst aus dem Hamsterrad, rauskommst aus dem Gefühl, der gelebt werden kann. Dieses Training ist absolut kostenfrei für dich. Hinterlass mir hier eine Nachricht, wo ich dir das Training hinschicken darf, also deine E-Mail-Adresse. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Ich lasse es dir sofort zukommen. Also du bekommst es dann gleich und kannst dir das Training gleich kostenfrei anschauen. Ich freue mich auf dich. Und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Bis dahin. Bis dahin.